Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, Celina ist mal wieder mit dabei Du bist ja in jedem Video mit dabei, ne? Nein Nein? Ok, auf jeden Fall reacted sie heute wieder auf Videos und keine Sorge sie reacted nicht auf Gaming Jetzt kommen wir, ich war nämlich ein großer Magier Und zwar 2011 Und, glaube ich, Minztrix zum Nachmachen zeigt Mit einer schönen Webcam, die man an der Qualität sieht Und das wird auch ein bisschen ruckeln Oder wird auf jeden Fall meine Stimme hören Ja 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 Süß, oder? Mein Gott, mit so einem kleinen Kinder-Potemonnaie Das erkennst du? Ja FPS sind auf jeden Fall Und dann hat das verschwunden FPS sind auf jeden Fall am Start Jetzt kommt ein Video, was dir gefallen wird Und zwar Tiger 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 Ich Ich dachte, die ist wie in Aua Jerslass 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 kurz zur erklärung da haben wir star wars nach gespielt und mit einer dementsprechenden kamera dementsprechende qualität und spaß ja recht schnell wo ist denn nein weil gott ist das schlech das war mein zimmer früher jo auch wieder mit joey das war nicht nur so lange her oder ok doch 2012 das showy schalter was hat das jetzt gemacht das video er einen schumschlag bekommen schön ne da war gerade pizza die dislikes die kann ich auf jeden fall erklären naja ist ja kein unterschied zu jetzt gut leute das war's mit diesem video dann will ich sagen bis nächstes mal haut rein abonniere von mich jeder kennt so